Weil da war irgendwie so komische Musik. Okay, machen wir erstmal Videokamera. Hey, wir sind da, der Spot ist echt geil. Okay, gucken wir uns das mal an. Äh, bei diesem Spot zählt Überharrlichkeit. Endlose, bucklige Latches warten darauf, gegrindet zu werden. Mach auf jeder Huntledge einen einzigartigen Trick. Okay. Zieh dir die Latches rein. Du weißt wie es läuft. Mach einfach auf jeder Latch irgendwas Fettes. Du 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 du. Fünf Tricks. Ah, wird auch direkt schön angezeigt. Das ist toll. Wie? Achso, Grinder, Entschuldigung. Ach Scheiße. Ah, ich muss, muss das glaube ich nochmal neu. Das wird so nicht gewertet werden, weil das schon sich das eine gemerkt hat. Ja, ist doch gut. Ich hätte das eben auch geschafft. Oh Mann, wir müssen aufhören, die Leute über den Haufen zu fahren. Okay, 5-0. 50-50 machen wir jetzt. Wie, der Bannosgrind wirst mich verarschen. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich stell mich aber auch an. Ja, was hast du denn... Was hat er denn jetzt genommen? Was war das für ein Grind? Du musst dich einfach nur richtig anstrengen. Ja, ich streng mich schon an, du. Da war. 5-0. Nosegrind. Boardslide. Lip. Alles klar. Okay, passt schon. Nein. Nein. Ach nee, jetzt war es ein Boardslide, okay. Und das soll jetzt irgendwie... Irgendwas... Nein. Warum hat mich den gekillt? Okay, ziehen wir es uns mal rein. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber ihr habt vielleicht am Ende gesehen. Ich hab dann mit den Analog-Sticks ein bisschen gedreht und dann... Wird das Bild so grisselig. Ich hab das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem Controller nicht, aber... Wo ging das hin? Warum ich den auch immer gekillt hab, ich weiß es nicht. Mir ist es egal. So, vielleicht können wir auch jetzt den Spot killen. Vielleicht ist das Symbol jetzt da. Nein, ist es nicht. Oder ist der vielleicht über uns? Es kann natürlich auch sein, dass der Spot über uns liegt. Dann... Machen wir mal hier oben weiter. Zu dem... Pinder. Was bist du denn hier? Hey Leute, was geht? Ja, was geht ab? Soll das ein Witz sein? Ich war dort, aber das hab ich noch nie gesehen. Okay, wie komm ich da hin? Warte kurz. Sorry, ey. Da musst du schon mit was Besserem kommen. Das wurde alles schon gemacht. Hey Mann, der hat grad nen Backtail die Latch gemacht. Wie auch immer. Wo ist das Spot? Oh hey, ich muss weg. Hier ist jemand. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hey. Wie geht's? Neu hier, was? Ja. Ja, so ungefähr. Dann willkommen, Port Carverton. Ich bin sowas wie ein Skatebotschafter. Ich kenne alle Tricks, die schon mal gemacht wurden. Und alle, die noch nie gemacht wurden. Wenn du also wissen willst, was noch keiner gemacht hat, kommst du einfach zu mir. Klar? Hey, willkommen am Chan Center an der Universität von Port Carverton. Wir werden vermutlich die meiste Zeit im Freien verbringen. Von innen wirst du die Universität kaum sehen. Übrigens ist hier PJ Ladd, emeritierter Professor. Weiß kaum einer. Ist aber so. So sieht's aus. Was ist das? Wir machen einfach mal Grind Session. Erreiche den Zielscore. Okay. Ich hab vergessen dir eine SMS mit der Adresse zu schicken. Warte kurz, okay? 2000. Achso, ich hab... Oder muss ich wieder nach oben? Ich weiß es doch nicht. Wird das jetzt hier dazu gerechnet, was ich mache? Okay, das ist ja easy. Wird auch direkt abgebrochen, das ist schön. Wird auch direkt abgebrochen, das ist schön. Was? Äh... Mehr Aktivitäten. Einfacher Grind. Grinde ohne die Treppe zu berühren. Wow. Das haben wir doch eben schon... Also sowas... Das tut er jetzt hier nicht. Das war easy. Und da haben wir eineinhalb Minuten für Zeit. Aber wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Man sollte hier nicht übertreiben, ne? So. Nächste Aktivität. Was ist mit der Musik los? Was ist denn... Moment. Bin ich doof? Ich glaub, da kann ich jetzt grad nicht drauf zugreifen. Okay, das zählt. Ach, das zählt auch. Ich dachte, ich müsste über das Weiße. Bam! Jo. Ich muss unbedingt gleich was an der Musik ändern. Ich weiß nicht, was da los ist. Machen wir, nachdem wir das hier gemacht haben. Kurven und Grinds. Grinde die Pflanztöpfe. Ups. Was? Bringen wir dir einen anderen hier. Schön. Der letzte hat mir am besten gefallen. Okay. Äh. Paradies für Treppenzähler. Gepo oder Grinde die Treppe. Das kriegen wir hin. Ach genau, das war das Problem, dass man hier am Ende, glaub ich, keinen Trick machen darf. Ja. So. Haben wir jetzt eine, haben wir noch, ne? Trickliste. Okay. Flip trägt die Rampe runter. Grind das Rail. Grab trägt die Rampe runter. Zweine Punkte trägt die Rampe runter. Okay. Flip trägt die Rampe runter. Ist das die Rampe? Grind das Rail. Achso, das ist. Das ist alles hier oben. Aber warum hat er das jetzt? Ich sollte vielleicht hier oben mit dem Marker setzen. Ja. Oh. Ich hab ganz viel auf einmal gemacht. Oh, das waren nur 310 Punkte, what the fuck. Au. Ah, das tat weh. So. Da haben wir doch alles hingekriegt, du. PjLad als neuen Charakter. So. Darf ich mich jetzt um die Musik kümmern? Und ich sehe da auch schon einen, ähm, Dingsbums. Dingsbums Musikplayer, der haben wir doch. So. Was sind das für komische Musiken, die hier laufen? Ah. Wir forschen die Stadt und Gebiete, um Originalmusik folgender Komponisten zu finden. There the funky block. Wenn du gut genug skatest, hörst du den Unterschied. Ist das das, was wir da hören? Ich will das nicht haben. Oder ist das, hab ich das jetzt umgestellt in dem, weil ich jetzt da hingegangen bin? Ich hoff's doch. So, können wir jetzt, achso, wir gehen mal nach oben und gucken, ob da der Spot ist. Moment. Nein, ich warte nicht. Nee, ich warte nicht. Gucken, ob der... Da ist er. Da sehe ich ihn. Hier ist der Spot. Ja, zieh dir den. Ohne den Spot. Na gut. Hm? Nein! Das war ein Fehler. Oh doch, das war kein Fehler. Mal los! Die können wir doch noch killen, oder? Bestimmt 1000 oder so. Bestimmt doppelter einfach. Okay, der ist nicht gemarkert als Marker. Ah, dann muss ich nochmal da hoch. Oh... Oh... Oh na... Oh, oh no! Oh no! Oh no, das war so. Das ist eine Einzelmutter. Oh jeala... Das ist eine Einzelmutter. Oh no! Oh Tan. Oh nein! Oh nein! Oh non! Nein, 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 nein.